Diese Woche geht es an der Artbox um Kieperkunst. Der Musiker und Lebenskünstler Marion Thiel wird an dem Kader nicht so eine Ausstellung organisiert. Wir hören uns auch mal auf London, auf einer der größten Tattoo-Conventions überhaupt. Im Prinzip ist es immer so, dass die Young-Leute kommen und so eine eigene Tätowierer gehen. Wenn du es nicht vorbei kannst, kannst du es auch nie auf der Haut. Wenn du es nicht richtig schmalen oder zählen kannst, kannst du auch nie richtig tätowieren. Punkt. Das ist fertig. Artbox, der Kulturmagazin, immer samstens um sieben, hier auf RTL.